Betreff mein unvergesslicher Kinobesuch, Helden der Nacht Sehr geehrte Damen und Herren Letzten Samstag hatte ich das Vergnügen, nach langer Zeit wieder ihr Kino zu besuchen. Ich hatte mich entschieden, den neuen Actionfilm, Helden der Nacht, zu sehen, da sowohl Freunde als auch die Medien voll des Lobes waren. Um mich auf den Kinobesuch einzustimmen, habe ich die vorherigen Filme der Reihe noch einmal angeschaut und mich mit Freunden zum gemeinsamen Filmabend getroffen. Die Vorfreude war groß, und ich war gespannt, ob der neue Teil an die Erfolge der Vorgänger anknüpfen könnte. Meine Erwartungen waren hoch, da ich ein großer Fan des Hauptdarstellers bin und die aktion geladenen Trailer vielversprechend aussahen. Ich hoffte auf eine fesselnde Geschichte mit atemberaubenden Stunts und Spezialeffekten. Der Film hat meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Ich war von der ersten bis zur letzten Minute gefesselt und kann kaum den nächsten Kinobesuch erwarten. Vielen Dank für das tolle Kinoerlebnis. Mit freundlichen Grüßen, Max Mustermann